Bülter und Teronle, ganz links ist Spielplatz für Salazar, Zalazar! Ja! 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 Rodrigo Salazar! Was für ein Wahnsinn! Oh, Glaube! Sensationell, die überhaupt nicht ballen, kommt Bülter! Und Salazar macht den in die kurze Ecke, unterkantelatte, präziser kannst du nicht arbeiten! Und Schalke macht noch ein 0 zu 2, ein 3 zu 2! Aber noch mit Nachspielzeit ist es eine Viertelstunde! Sein fünftes... Und noch mit Nachspiel an Schalke! Und noch mit dem Vorbein! Und noch mit dem Vorbein! Und noch mit dem Vorbein! Ja! Ja! Und noch mit dem Vorbein! Ja! Und noch mit dem Vorbein! 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 Momentos y la verdad que esto esto para ellos también muchas gracias ha sido un placer